Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Wir geben uns heute Weed mit nach Bayern von Bones & Raff. Ich freue mich drauf, ich sag's wie es ist, Palmas Plastic 3, ein bisschen die Erwartungen nicht ganz erfüllt, was aber auch schwierig war, weil die Erwartungen exorbitant hoch waren. Für mich persönlich hat dieser eine geile Track gefehlt, Taxi war es so ein bisschen, aber dieses eine Ding, was einen richtig catcht, das hat mir gefehlt. Und viele von euch haben mir geschrieben, das ist dieses Ding, das ist dieser Track, den wir alle gewollt haben, das ist dieser eine Song. Ich freue mich drauf, Weed mit nach Bayern, sounds schon einfach geil, Digga. Mit dem Brezeln hier noch, mit dem Bier, bam bam. Ich freue mich sehr drauf, ja. Wir haben gerade eben ein Video hochgeladen, wo wir die kommenden Deutschrap-Tracks, die jetzt diese Woche rauskommen, davon schon mal kleine Snippets haben, die angehört haben und so geguckt haben, auf welchen Song wir uns diese Woche am meisten freuen. Unter anderem neuer Nina Chuba-Song, Tilo-Song, der kommt, glaube ich, erst ein bisschen später. Lün mit Milano zusammen haben wir abgecheckt. Checkt das Video gerne ab, ist sehr gut geworden. Und dann würde ich sagen, hören wir jetzt einfach rein bei Weed mit nach Bayern. Ich freue mich drauf, let's go. Video von Scharho natürlich. Junge, diese Aufnahmen sind insane, Junge. Diese Aufnahmen sind so insane. Krank. Okay, ich fühle es schon so ein bisschen. Oh mein Gott. Will Griggs on fire. Your defense is terrified. Oh mein Gott. Ich kenne leider nur diese gecoverte Version schon mit diesem Fußballspieler. Oh mein Gott. Ja. Okay. Okay, 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 okay. Geil. Junge, das ist echt, das ist der Track, den wir gebraucht haben. Das ist der Track und der Hype, den wir gebraucht haben, Junge. Sega. Geil. Das ist es, das ist der Shit, Junge. Boah, geil. Auch der Ein-Shit von Bones ist geil, Junge. Das haben wir ehrlich gebraucht. Ich fühle es auch, wie sie mit der Dirndl in der Limo chillen. Junge. Und jetzt, imagine, das wird bei Bayern München in der Kabine gespielt. Ich sag's, wie es ist. Früher oder später, der Song wird da laufen. Genau dieser Song wird da laufen. Junge, ehrlich, ein sehr geiler Part von Bones. Sehr geiler Part von Bones, Junge. Geil. Wie der Beat sich wieder auf und langsam. Ich schmecke schon, ich schmecke schon den Wodka in meinem Mund, wenn ich diesen Lied, diesen Song höre. Also einfach, ich sag's, wie es ist. Boah, krass. Junge, auch Maxwell, Maxwell, Alex, Jesus, die immer am Video zu sehen, wie sie einfach gute Laune haben. Beste Leben. Junge, ich bin so gespannt auf Waffenfahrt noch. Kann nur geil werden. Kann nur geil werden. Oh mein Gott, Junge, wie der Bass noch mal reinschallert. Boah, Junge. Holy shit. Holy shit. Ich hab Gänsehaut. Ich habe Gänsehaut. Wenn sie diese Platinplatten hochhalten, ich hab Gänsehaut. Diamant. Diamantplatten, sorry. Boah, holy shit, Junge. Eskalation. Holy shit. Krank. Auch dieses Musikvideo, es hypt einen einfach. Wenn man das, das sieht und hört, man denkt einfach, Junge, das Leben ist geil. Man vergisst seine Sorgen, man hat einfach Bock. So, wisst ihr? Das ist einfach, keine Ahnung. Einfach, man hat Bock. Krank. Krank. Was ist das auch für ein insane Musikvideo? Holy shit, man. Geil. Meint ihr, der Bundes... Ist Bayern ein Bundesstaat? Nee, Bundesstaat nicht. Aber auf jeden Fall, meint ihr, das Bundesland Bayern hat sich gefreut? Vielleicht haben die sogar das Musikvideo mitfinanziert. Steht davon aus. Gibt's denn auf Spotify oder nur so bei Raph Kanz mäßig auf Spotify, so wie Karneval? Weil ja, die Melodie... Die haben ja die Rechte, nicht an der Melodie, I guess. Krass, Mann. Man kann nur Respekt haben vor denen. Was sie geschaffen haben, wie sie Deutschrap geprägt und verändert haben. Insane, Mann. So ein krasses Musikvideo. Und das ist der Abschluss vom Album, den ich gebraucht habe. Das habe ich doch gebraucht. Ich habe genau das hier gebraucht. So ein Song. Palmos Plastiktour. Da sehe ich mich dann aber auch. Hamburg. Hamburg. Barclays Arena, das ist heute Luciano. Bin ich leider nicht am Start. Jetzt noch im Dezember? Seit wann ist die Tour denn angekündigt, Bro? Habe ich es nicht mitbekommen? Could be. Egal. Ich schaue mal nach, ob ich es da noch hinschaffe, weil das wäre insane krass. Ey. Das ist der Song, den ich haben wollte, den wir alle gebraucht haben, glaube ich. Der einen nochmal richtig hypt. Wo man so ein Aushängeschild vom Album hat irgendwie, finde ich. Geiles Ding geworden. Insane. Dieser Ohrwurm. Jeder kennt diese Melodie. Das Musikvideo war der komplette Hype, die komplette Eskalation. Und ich bin glücklich, dass wir das so bekommen haben. Geil, Mann. Ich bin einfach nur happy. Ich bin einfach nur happy. Einen besseren Abschluss hätte es nicht geben können. Und außer natürlich Abitur in Bayern. Gut, Freunde. Ich freue mich aufs Wochenende. Ich hoffe, ihr euch auch. Habt einen wunderschönen Tag. Bleibt bitte so gut aussehend, wie ihr seid. Und ciao.